Herzlich Willkommen zurück zu einer Special-Folge bzw. Special-Folgen von Hunt Showdown und zwar zu Halloween. Ja, wir haben Halloween-Aufgaben bekommen und da habe ich gesagt, wer dann geht es auch nicht alleine rein, sondern nehme ich mir einfach den Boden mit. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, es gibt auf jeden Fall Halloween-Sachen. Wir müssen Kürbisse kaputt machen. Wir müssen Kürbisse finden, zusätzlich. Und damit kann man Sachen freischalten, die kann ich euch nachher auf jeden Fall auch mal im Menü zeigen, nach der Runde. Und man kann auch irgendwie so eine Schuprize noch mitnehmen, wo man dann mehr von den Punkten bekommt. Die habe ich aber leider vergessen. Ah ja, stimmt. Genau. Und, wenn ihr euch jetzt einloggt, gibt es ein cooles Messer. Ein schweres, cooles Knoppenmesser. Warte mal, wo ist ein Zombie? Da. Boah. Das ist geil. Aha. Verbraucht aber auch ordentlich an Ausdauer. So. Denkt dran, guck nach Kürbissen. Wir müssen Kürbisse finden auch. Ja, die sind auch Vogelscheuchen und so. Warte, mach die mal rücken müssen. Ja. Bin ich zu laut? Was? Bin ich zu laut? Nee, alles gut. Ich musste nur gerade den Sword ein bisschen einstellen. Wir müssen da hinten hin. Ja, die gibt es auch Vogelscheuchen, aber die kriegen, glaube ich, auch irgendwie hier rum oder so. Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube, wir kriegen auch welche, wenn wir die Dinger einsammeln. Ich glaube, die... Weiß nicht. Mal gucken, ob der Count da hoch geht. Wie gesagt, ist das? Das ist gerade orange am leuchten. Was? Aber das ist nur orange am leuchten. Wie cool ist das denn? Was denn? Der Juma ist hier. Oh, wir haben 10 bekommen. Oh. Ähm. Was denn? Da haben wir glaube ich nur 2 und 1 einsammeln am Tag. Ja. Ja, die sind hier auf jeden Fall Schüsseln dann näher. Ja. Und ich glaube, wenn wir den Butcher machen, der hat ja momentan wieder einen Kürbiskopf auf dem Kopf. Echt? Ja. Und dann gibt es, wenn wir den machen, glaube ich, gibt es nochmal 20 Extra-Punkte. Man kann, glaube ich, leider nur irgendwie 200 am Tag sammeln, weil momentan eben eine Limitierung drin ist und die Folgen kommen auch relativ zeitnah. Also als kleiner Bonus. Deswegen gibt es momentan auch wieder jeden Tag Hand. 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 Ja, gerade ein anderer Zau. Die Hühner von uns gehen. Oh. Oh. Geh mal kurz in den Busch. Fühl ich mich sicherer. Andererseits. okay versteckt mich ja gut gut gesehen dazwischen den bäumen ja mein ich hab drei irgendwas bekommen wo habe ich drei haben wir dabei ein kürbis zwischen wo denn ich weiß nicht hier sind fußspuren bist du das ja war ich gerade ich hab angst der hat mich voll angeguckt ich sehe den nicht der war genau da also direkt vor dir ja direkt vor mir war der der wartet halt auch bis der den schuss absitzt ist ja gerade vorher nicht geschossen er ist da ich habe ihn gerade gehittet nebenan in dem feld er hat komische pistole komische pistole okay er wird irgendwas brennt nicht nur nein dann noch nicht beim baum da genau beim baum da ja ja dahinter ist er habe ein bisschen angehittet okay ja nicht mit denkmut ja da 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 ist ein kürbis war das war das eine frau ja ja aber weißt du ob die das war ja das war die ich habe auch ein kürbis so geholt weil ich habe da die granate reingeworfen und die granate hat auch im kürbis geholt weil wir mal ganz kurz pfeilen hier nur musik wir haben dabei auch stimmt dass die kürbis der gebaut drei punkte bei dem baum alter was der deutsch und dem wohlsinn ja gut ausgestattet die mietchen die hat mich so angeguckt und ich dachte erst hey was ist denn das ich habe voll spät reagiert ok ja gut ich kenne das gefühl aber mit spät reagieren warten wir warten eben ganz kurz da beziehungsweise ich gucke gerade ob ich irgendwo feuer finde weil ich noch nicht so ganz glaubt dass die vielleicht alleine war ganz ganz kurz hier feuer finden ach da stopp halt mal kurz stehen ok das bist du gewesen die schritte dann ist alles in Ordnung ein zombie läuft ja halt auch mal rum aua aua aha ach so ich habe gerade davon blutig auf einmal das ist ja ein gegner alles gut so Achtung die wir einfach beide den gleichen gedanken hatten und alles gut so jetzt kommen wir mal ganz schnell hin weiß was denn die sind hier ganz schnell in der nähe und es geht so die sind auch ordentlich weg ah hier ist der hinweis das ist ja und das ist so orange am leuchten ja aber da war ja schon oh das sieht ja cool aus das stimmt und dafür gab es wieder 10 punkte yeah ok hier kennen wir noch irgendwelche kürbisse ich guck auch gerade kürbis wir brauchen einen kürbis kürbis raben messer sieht auf jeden Fall auch cool aus mhm ich nutze halt in die schwere messer das war problem wenn die mal für ein schlagring haben und ich weiß dass es was für ein schlagring gibt aber ich hab mir vor es würde voll einen geilen knochen schlagring geben stimmt uuuu ich sehe was warte mach den mal noch nicht kaputt mach den mal noch nicht kaputt mach den mal noch nicht kaputt voll cool warte dann muss ich das mit dem Bild vernommen warte ich will auch ein Bild vernommen lassen voll cool ja sieht echt cool aus wenn sie wollen hier sind 6 punkte mhm und jetzt ein kürbisbrot kürbisbrot kennst du das nicht? ich kenn also ich kenn es vom namen her aber voll locker ich hab es mir noch nie gegessen so waa ok die sind unten im Keller hier ich werd halt ich werd halt geputzelt nicht brutzeln da war momentan ja mit Patch 1.4 spielen also 1.44 kann man ja auch jetzt aus Entfernung theoretisch aufheben also nicht wundern die anderen folgen die sind noch ein bisschen äh ähm nicht mehr so zeitgemäß glaube ich der ist auch nie uralt aber trotzdem da sind ja wie gesagt die Bonus-Dinger oh ist jetzt weg was denn? ich wollte auch grad aufheben da kannst du mitnehmen ach so das war eben grad weg bei mir ach so ne da war dann noch ein Bug ich hör jemand rumren ich weiß nicht ob es unten ist oder hier oben das hört sich nach Wasser an dann ist es unten komm mal rein ja ich mach hier ich mach über ne Falle hin kann ich die hin packen dann geh mal weiter mach ich mach gleich ne Falle hin pass auf dass da nicht keiner um die Ecke steht auf du bist gleich mit dem Po da ach so nicht dass er da so pass auf da vorne kommt gleich ein Glitzer wo die Gegner hoch gucken können da musst du aufpassen unten ja ich seh auch jemanden ich hab den halt nicht getroffen ich hab den halt nicht getroffen der ist auch drum gestrichen ich treff den halt nicht da kommt die unten an ha der hab ich beide geholt ey pass auf dass da nicht noch ne andere kommt ich mach mal kurz das Fass hier Michael Bay also wenn du willst du kannst ich bleib hier während du den ablenkst weil ja weil hier ist nämlich grade schön naja passt nur auf dass da nicht einer 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 dass da ein Headshot bekommst nee ich guck so dass er mach auch ne ganz kurz ne Falle hin ne ich will da noch nicht rein da kann ich jede Ecke da hängen komm mal kurz vorbei da kommt der andere ok 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 da ist ein viel zu wir müssen hier durch auch noch kurz gucken dass da keine Falle ist ok Falle gut ausgewählt die kommen von 135 30 oh scheiß jetzt bin ich hier guck einmal selber ja 105 und 150 hab ich noch ein bisschen weiter hinweg gesehen ich mach mal kurz nochmal ne Sekunde mit über jetzt ich hör auf 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 da sind zwei stück okay dann kommen die jetzt von da reingewackelt aber die sahen sehr weit weg wir müssen aufpassen da oben gibt es noch einen leisen eingang da keiner reinkommt ja warte ich guck mal kurz ich hab noch fünf sekunden ich hab auch noch sechs theoretisch oh hier ist direkt einer ja okay die sind über uns das ist egal ich weiß nicht ob die sich gerade nicht mal reintrauen weil die sind gerade durch meine pfanne gelaufen machen war warte mal ich guck noch mal kurz ja die sind nicht mehr hier also sah zumindest so aus warte lass mich noch mal gucken sind echt weg ja cool dann kommen wir jetzt zu dem nächsten dann gehen wir durch die sind nicht allzu weit weg denn ich gehe mal davon aus wie wir gerade gehört haben draußen dann waren die wie viele sekunden hat hast du noch insgesamt zwei ok dann komm wir gehen da still rüber mal ungern durchs wasser lass uns außen rum ok ente 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 da war ne ente da war ne ente da war ne ente geil jetzt eine leckere entenform magst du ente äh so ja nachdem schon hier sind wir eigentlich noch immer die lagen ist das Oh lecker ja ok dann gerade hier durch vielleicht finden wir ja noch irgendwo kürbis hier kürbis, kein kürbis, kein kürbis Geht. Oha, das hat aber wehgetan. Die Beine weg. Komm. Ob das auswächst. Oha. Da sind welche hinter uns. Stimmt. Die Hundi sind vor uns. Gut, dass du das sagst. Oha. Warte, ich komm. Warte, warte, warte. Ich hab gerade meine Beblutung stopfen wollen. Dann seh ich einfach das Nachschub vor uns. Ja, lauf weiter, lauf weiter. Ich hab grad nur geguckt, ob der Zornbindung kommt. Aber ne, ich hab kurz eh auch Opa graben. Ja, ist egal. Die sehen sowieso, wenn die Zorn guckt. Ja, ist egal. Aber ich guck einmal ganz kurz. Ich seh niemanden. Warte mal, bin ich voll. Äh. Äh. Ja, ich packe mal die Sachen. Okay. Fängt ja schon gut an, das Halloween Event. Ähm. Also ich muss sagen. Sagt Spaß. Wir haben voll auch gut, äh, gearbeitet mit dem einen zusammen. Ich hab ihn angehittet und du hast den Rest gegeben. Das stimmt. Ich hab Feuer, wenn ich getroffen hatte da. Was? Ich hab genug. Ich hab immer gegen ein Gitter geballert. Von hinten kommen auch noch welche. Ja. Alles gut. Ah, gut gemacht. Hm? Ja, klar. Holy shit. Ja. Lauf! Lauf, 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 lauf. Oh, da haben wir vorbeigerungen. Achtung, da kommen alle. Nein, ich hab da fast. Alter. Ich fache, stopp. Ich stehe da immer fast. Hilfe. Hier, Hilfe, alles gut. Okay, die einstigen Gegner sind vor uns. Alles gut. Hinter dir ist noch ein bisschen. Ja, ja. Ja. Oh Gott, ich wollte nicht so schreien. Alles gut? Ich hab mich grad hinter mir geguckt. Und mich voll erschrocken. Das ist einfach mir vorbeigeren. Halt. Ich muss hier ganz kurz eine Heidung anschmissen. Ja, noch ein Kürbis. Ja, aber pass auf, Gegner können auch noch da sein. Ja, mach den mal. Geil. Oh ja. Oh ja. Die sind die einzigen und die sind unten. Okay. Die sind unten im Keller gerade. Warte. Ich mach nur mal kurz ein paar Sachen hin. Ich sag auch noch mal ne Falle. Auch fallen. Ja. Ja. Momentan sieht die dann aus, als ob da nur einer ist. Weil nur eine aufgenommen hat. Und ich mach hier nochmal ein Ding hin. Ja. Ja. Guck auch grad mal, wo ich noch ne Falle hin tun kann. Hier ist noch ne Tür. Ja. Das reicht eigentlich, weil da vorne ist ja nicht die Tür, wo ich dachte, wir darf da reingehen. Achso, echt? Ich dachte, ich geh nach oben. Okay. Kannst du auch nach oben? Schönen. Ich glaub der ist jetzt hier. Ja, ist der wirklich. Oh Gott. Was los? Ich bin ein bisschen weiter runter gefallen. Ah, das war knapp. Ich hatte so nen geilen Blick auf den gerade. Dann falle ich da auch noch runter. Oh shit. Ist du was geworfen? Ja. Wohin? Da ist der nicht. Wo ist der jetzt hin? Der ist im Keller. Wo der schon immer war. Ich weiß nicht, der ist unten. Ich bin hier, wo du grad hingeworfen hast. Wo? Du musst runter kommen. Kann ich nicht. Oh. Ich dachte schon, warum? Ich hab hier ne Falle gemacht. Achtung. Da ist ne Runtergang. Der könnte da vorne auch ne runter kommen. Ah, ich weiß nicht. Guck einmal bitte. Hast du noch ne Sekunde? Ich hab zwei. Wir gucken einmal. Er ist da. Ist gut. Werde auch nicht runter gehen. Weiter, 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 weiter. Wohin denn? Wohin denn? Er hat ne Flash, um runter zu werfen. Ne, ne, ne. Mach da nix hin. Da müssen wir gleich runter. Ja, ich wollte nichts mehr machen. Okay, gut. Ne, ich hab gesagt, du wolltest da ein Ding machen. Er ist hier. Genau da an der Ecke. Okay. Also aufpassen wegen der Treppe. Achtung, ich werf ne Flash und dann geh ich pushen. Ja. Hat nix gebracht. Aufpassen, ey. Der steht da ganz hinten in der Ecke. Der Revenant. Muss mich grad halten. Ach du, da wird was? Weißt du, da wird was? Ja, mach das mal. Der ist hier an der Seite raus. Was? Was? Genau das. Mhm. Au. Ja, ganz gleich. Warte, ich hab glaub ich irgendwo was gesehen. Ich hol mal kurz ne Sekunde wieder. Genau deswegen mal ne Falle. Guck gleich noch einmal. Was los? Hallo? Ja, alles gut. Ich bin ja da. Äh. Weitere Entfernung. 240. Hab ich grad eingesehen. Ein bisschen weiter weg auf 240. Okay. Also du brauchst nicht drücken? Nee. Du brauchst gar das mal nicht. Alles gut. Wo müssen wir raus? Wir müssen theoretisch nach oben raus. Okay. Haben wir einen langen Weg? Ich muss mal kurz gucken. Wo ist die Map hier? Nee. Das geht ja eigentlich. War ich? Hup du einmal. Da hinten ist einer. Ach weiter weg oder? Ja. Warte. Hattest du den schon gelootet? Ach stimmt. Dann hab ich wieder 5 Sekunden. Ja deswegen falle ich extra. Wo ist der denn? Äh da. Ach da. Achso den hab ich schon gelootet. Achso. Okay. Stimmt. Ach gut. Guck nochmal. Aber ne das ist nur der eine dahinten. Oh rot. Dann soll er mit der kommen. Schön, dass sie auch bekannt sind. Extra nur für uns. Na. Richtig dufte. Da da. Da da. Da da. Da. Moment. Dann ist noch zu früh. Ja. Wir haben auch schon Weihnachten. Das stimmt. Wo man jetzt schon lecker lebt ist und verkaufen kann. Geil. Wir müssen aufrasten. Weil wir sind ungefähr wieder bei dem. Auf dem Weg. Wo der hinter uns stand. Ja. Wenn der einen Scope hat. Kann der uns schön rücken. Wenn wir hier laufen geht. Hä? Ich seh den gar nicht. Ja. Ja. Hätte das sein können. Dass der mit dem Scope guckt oder so. Aber ungefähr. In der Richtung. Oh. 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 Grifje. Blubbi. Dir ist ein Schwertsmesser auch egal. Äh. Vor uns. 2,55. Lauf einfach. Komm hier rein. Komm hier rein. Schweiß rund drauf. Nicht da außen rum stehen. Einfach hier so. Irgendwo dahinter. Oh. 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 2,5 Ja, 2,25 So, wenn er nicht will Aber ich kann so sein, dass der ein anderer war So, dann bin ich mal hier spannend So, Eventpunkte haben wir 38 bekommen Die Handtaten war Wie viele Handtaten? Wir hatten 1, 2, 3, 4, ja Genau Oh Oh Es läuft gerade das Halloween-Team Die kenne ich noch gar nicht Ist ja cool Läuft aber die auch? Warte Ich habe so auf der Game-Man gestartet, aber da kamen die Ja, das kam bei mir auch gerade Ach, wie cool Wie cool ist das denn? Das ist echt mega gut Genau, wir sind momentan bei den Events Und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon ein bisschen was freigeschaltet Leider kann man nur jeden Tag ein bisschen was freigeschalten Und deswegen am Anfang hat man den Skelettschlüssel bekommen Da gibt es auch noch eine Gesundheitsspritze, die wir mal irgendwie freigeschalten Und den Knochensplitter Und eine Stacheldrahtbombe Und Scapula Und ganz am Ende bekommen wir noch Rückgrat Die Sachen da schalten wir uns auf jeden Fall noch alle frei 6 Tage, 22 Stunden haben wir noch Deswegen, falls ihr Hand habt Hier ein Anmachen Update laden Da war nicht mal ein Update verfügbar Und genau, der Wurmtrankkrautgedöns Den kann man sich auch nochmal holen Dann gibt es 25 XP mehr Für die Dinger, die wir gerade gefarmt hatten Die Kürbisse Genau Davon kann man bis zu 4 Stück nehmen Also kann man bis zu 100% mehr haben Und die kann man sich dann auch mal für 10 Blattbauend-Dinger holen Genau So Ich hab mir mal einen Nekromant geholt, ne? Oh, das ist nicht gut Belebe einen gefallenen Partner mit Hilfe der Schattensicht wieder Dies kostet dich jedoch einen kleinen Teil deiner Gesundheit Das ist richtig, 25 HP Genau Das ist ein gutes Ding Das werde ich mir auch holen Deswegen gerne wieder einschalten und liken Und bis zum nächsten Mal zu Hans Showdown Und zu irgendeinem anderen Halloween-Invent Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss